Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Film Das Urteil von Nürnberg und los geht es nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Das Urteil von Nürnberg erscheint ja von K-Plate Pictures in einem schicken Mediabook, was ich auf meinem Kanal, auf meinem Simi-Kanal schon mal vorgestellt habe. Und zwar am 26. Oktober. Ja, ich habe mir den Film jetzt angeguckt. Wie gesagt, Film ist von 1961 und daher auch noch in schwarz-weiß. und ist halt ein Gerichtsdrama, Gerichtsfilm, sagt man das so. Und galt oder gilt als einer der besten Gerichtsfilme. Und ja, kommen wir erstmal zu der Story. Worum geht es denn überhaupt in diesem Film? Ja, wir haben die Nachkriegszeit und ja, die ganzen NS-Regime, ja, Oberhaupt, da sage ich jetzt mal, Kommandeure und so weiter, wurden ja durch amerikanische Gerichtshof verurteilt. Jetzt geht es halt darum, dass einige Richter angeklagt sind und ja, durch ein amerikanisches Gericht halt, ja, ihre Strafe bekommen sollen. Ja, es reißt dazu extra ein Anwalt aus Amerika an, der halt diese, ja, deutschen Anwälte, sage ich mal, jetzt anklagen soll. Dann gibt es halt einen Kommandeur, einen amerikanischen, der halt da diese Anklage vornimmt. Und wir haben natürlich einen deutschen Verteidiger, der halt, ja, seine Leute sozusagen verteidigen will, um sie halt nicht zum Tode verurteilen lassen will. Genau, das ist eigentlich, ja, darum geht es. Es ist jetzt nicht real. Es geht, es ist eine fiktive, fiktive Geschichte. Es gab diese Person halt alles nicht. Es gab aber diesen Gerichtsprozess. Der war, glaube ich, in den 1947 oder so, mit, glaube ich, sogar mehr Richtern, die dort verurteilt wurden. Diesen gab es und ist halt leicht abgeändert hier diese Geschichte mit halt anderen Leuten und es ist halt fiktiv, sagen wir es mal so. Aber zu einer wahren, wie sagt man das, wie nennt man das, einer wahren, eine wahre, ein wahres Geschehen. Es liegt dort, ja, vor oder wo sie das nachgemacht haben. Sagen wir es mal so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben ja sehr, sehr gute Schauspieler. Bert Lancaster ist zum Beispiel mit bei. Ja, William Shatner spielt eine kleine Rolle, noch ganz, ganz jung. Ja, Maximilian Schell hier, dieser Deutsche, nee, Deutscher ist er, glaube ich, ja, nicht Österreicher, Schweizer, glaube ich, so in den Brei war das, glaube ich, gewesen, der damals da auch einen Oscar für diese Rolle bekommen hat. Er spielt dort den deutschen Verteidiger. Und dieser Film ist, man muss ganz ehrlich sagen, sehr lang. Er geht, glaube ich, über drei Stunden. Warte mal, hier, der Hund. Leute, was machst du denn hier? Kopfstand? Hm? Und, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, dieser Film spielt natürlich hauptsächlich in einem Gerichtssaal. Das muss man wissen. Also, der Film geht wirklich drei Stunden und, ja, wir sitzen wirklich hauptsächlich nur in dem Gerichtssaal. Man sieht halt nur ganz kurz mal, äh, ja, Nürnberg, wo denn halt, äh, der, der Richter will halt auch rausfinden, ja, wie steht das Volk, das deutsche Volk noch zu diesem NS-Regime, wie ist das so alles gekommen und wie haben die Leute das alles erlebt. Äh, äh, das versucht er so ein bisschen rauszukriegen und, und das sieht man halt so. Und sonst spielt er wirklich so gut, äh, ja, nur in einem Gerichtssaal. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm. Wir haben wirklich sehr, sehr großartige Schauspieler, die das Ganze wirklich sehr gut rüberbringen, muss man einfach mal sagen. Äh, das ist ein wirklich sehr, sehr krasser Cast. Äh, äh, ja, sonst, ja, das wird, er ist dramaturgisch sehr gut gemacht, sehr gut inszeniert. Er wird nicht langweilig über diese ganze Laufzeit. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie diese ganzen Argumente immer, die Verteidigung und, 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 und die, wie heißt das eigentlich nicht, da gibt's ja Verteidigung und die andere Seite heißt ja Ankläger, heißt das? Die Anklage? Ich glaube, so heißt das. Die Anklage, wie sie sich halt gegenseitig dann immer einen Zeugen bringen, den Zeugen befragen. Dann kommen wieder andere Fragen und dann entlarven sie den Zeugen doch wieder, dass es so war. Äh, sehr, sehr spannend gemacht, auf jeden Fall. Äh, zum Bild muss ich sagen, äh, der Film wurde ja, glaube ich, restauriert. Er hat ein wirklich sehr, sehr scharfes Bild für so einen Film aus diesem Jahr. Man sieht jetzt natürlich durch diesen HD-Effekt, sage ich jetzt mal, äh, natürlich, wenn da irgendwelche Papphintergründe sind oder das fällt sofort ins Auge oder wenn jetzt irgendwelche, wie Burt Lancaster zum Beispiel, ist dort sehr krass geschminkt und so und das siehst du wirklich, äh, denn das sieht dann sehr merkwürdig aus. Äh, weil so einen alten Film ist manchmal so ein gutes Bild, gar nicht so gut, äh, stellenweise. Aber wie gesagt, wer da Bock drauf hat, auf so einen Film, auf wirklich diese Laufzeit auch von drei Stunden, äh, um sich da so ein Gerichtsdrama anzugucken. Und wie gesagt, der Film ist wirklich nicht langweilig, hat mich sehr gut unterhalten und ich gebe dem Film auch eine 4 von 5, ja. Also eine sehr gute Wertung, der ist wirklich gut, man, wenn man Bock auf so einen alten Film hat, viele sagen ja auch, ich habe keine Lust mehr auf Schwarz-Weiß. Äh, ja, bei dem Film ist es jetzt ja nicht so schlimm, wir sind ja wirklich hauptsächlich nur im Gericht. Es sind ja hier die Dialoge, die das Wichtige an diesem Film sind, die, äh, der wichtige, äh, der wichtige Aspekt. Und ja, das geht auch in Schwarz-Weiß, sag ich mal jetzt ganz ehrlich. Ich bin auch nicht so ein Freund von Schwarz-Weiß-Filmen, aber wie gesagt, wer so Bock auf so einen Gerichtsfilm hat, äh, ja, der sollte sich den auf jeden Fall mal angucken, ja. Und in diesem Sinne, ja, schreibt in den Kommentaren, wenn ihr den Film gesehen habt und wie euch der gefällt und, ja, schaut ihr euch öfters eigentlich noch so richtig alte Filme an, aus den 16ern oder 17ern, das würde mich mal interessieren, schreibt es dort in den Kommentaren und in diesem Sinne soll es das gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.